Hey Freunde, warst du und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video habe ich für euch einen mega heftigen 3 Onlook All GearWay. So, auf dem Fall, wenn ihr da teilen wollt, müsst ihr auf diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das Video einfach eine positive Bewertung da lassen. Und einfach mal euren Konsolen-Namen kommentieren, auch durch öfter kommentieren. Und wenn ihr noch zusätzlich supporten wollt, einfach das Video noch auf Teilen. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr nicht supporten wollt. Oder auch einfach das Video zum Ende anschauen. Und ich möchte euch heute ein bisschen ohne alles so normalisch vorstellen. Probiert euch für die Nacht, der funktioniert für die Fall noch. Für das neue Chiro-Pedicor Hi CSC. Und dann wünsche ich euch jetzt jedem viel Spaß. Folgt mir doch auf Instagram. Auf dem Fall teilt euch 9 Down. Und ja, teilt euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Was glaubt ihr dann, willkommen auf einem neuen Video. Auf meinem Kanal 9 Down. So, im heutigen Video habe ich für euch einen neuen ohne alles. Solo-Magic, der mega, mega einfach ist. Unfass verständlich, dass du auch wirklich Solo ist. Und ja, mit diesem Glitz schickt ihr sofort 10 Millionen Dollar. Also wenn du hier schnelles Geld brauchst, seid ihr hier genau richtig. Übertreibt es nicht mit dem Money. Der Glitz ist wirklich 100% nicht sicher. Aber übertreibt es nicht Freunde. Wichtig zu erwähnen. Und dann legen wir gleich mal mit dem heutigen Money Glitch einmal los. Was noch wichtig ist zu erwähnen Leute. Der Glitch ist 100% nicht sicher. Also braucht wirklich keine Angst um einen Account haben. Weil ich mache den Glitch auch schon öfter nach. Ich habe auch nie Probleme gehabt Leute. Also gönnt euch. Ja, dann wenn ihr jetzt zum Start des heutigen Videos. Ihr geht einmal in eine öffentliche Sitzung. Geht einmal auf eure Karte. Und fährt jetzt zum Spieler, der bei euch in der Nähe ist. Aber wichtig. Ihr müsst den Passiv Modus deaktiviert haben. Gleich wie ich. So, dann. Wenn ihr den Passiv Modus deaktiviert habt. In der Nähe eines Spielers seid. Geht ihr auf Online. Und verlässt geht ihr online. Gleich wie ich. So. Dann warten wir kurz. Bis jetzt. Wenn ihr gesponsert seid. Geht ihr einmal auf eure Karte wieder. Auf Einstellungen. Auf Gamepad. Auf Zielmodus. Und tut ganz wichtig. Den Zielmodus auf freies Zielen setzen. Und geht dann wieder auf Online. Auf GTA Online spielen. Und startet jetzt eine Solo Sitzung. So. Dann wartet wir mal kurz. Bis wir gesponsert sind. Und in der Zeit wo wir spawnen. Haut mal alle von euch auf den Abonnieren Button. Liked dieses Video. Wir sind kurz vor den 1600 Abonnenten. Und natürlich Leute. Wir sind bei Kurven. Wie wir 20 likes schaffen könnten. Deshalb haut jetzt alle auf den Like Button. Und ja. Da steigt ihr wieder in euer Fahrzeug einmal ein. Geht einmal wieder auf Wirecard. Und fährt zu diesem Laden einmal hin. Zu diesem gleichen Laden. Wichtig zu erwähnen. Das war zum gleichen Pferd. Und nicht zum anderen. So. Dann fährt ihr da jetzt gleich. Wie ich. Einmal hin. So. Dann fährt ihr da jetzt links. Bieg da mal ein. Dann geht ihr da. Fährt jetzt einmal hoch Leute. Ihr seht gleich wie ich. Ihr fährt jetzt einmal entlang. Und dann die ganze Zeit. So. Geradeaus. So. Dann. Wenn ihr hier jetzt einkommen. Seid Leute. Hier bei mir sind Laden. Steigt jetzt einmal aus. So. Lauft hinein. Und wie ihr seht. Aktiviert ihr wieder den Passivmodus. Und deaktiviert wieder. Und dann müsst ihr kurz warten. So. Dann geht ihr wieder auf euer Intexos-Menü. Runter auf Steel. Und tut wie ich den Helm. Den ihr aktuellen habt. Einfach mal umändern. Wenn ihr keinen Helm habt. Einfach hier irgendwas ändern im Intexos-Menü. Spielt keine Rolle. Gleich wie ich. Dann müsst ihr kurz warten. Bis der Passivmodus endet. Und in der Zeit wo er endet. Müsst ihr mal einen Snack kaufen. Eurer Wahl. Ähm. Äh. Äh. Dann warten wir kurz. Äh. Bekannt sich ich. So. Ihr seht auf dem Fall. Der Passivmodus hat geändert. Dann traubt der mal diesen Laden aus. So. Auf dem Fall. Müsst du kurz eine Waffe nehmen. Sondern tut der mal töten hier. Und tut selbst. Das einmal nehmen. Das Manni. Gleich wie ich. So. Dann wartet auf dem Fall kurz. Bis jetzt auf dem Fall hier. Ähm. Gespawnt sind. Und tut selbst. So. Laufen wir jetzt mal wieder hinaus. Leute. Gleich wie ich. Und so weit draußen sehen. Den Passivmodus. Äh. Gleich aktivieren werden. Aber wichtig dafür. Müsst ihr hier. Kopflos werden. Auf dem Fall. Ähm. Hier gleich wie ich. Geht euch selbst umbringen. Spielt keine Rolle. So. Dann warten wir kurz. Bis jetzt hier gespawnt sind. So. So. Sollte passiv. Muss aktivieren werden. So. Dann geht ihr runter. Auf dem Punkt. Letzter Ort. Und stellt den Spawnpunkt. Ganz wichtig. Auf zufällig. Und pack. Ich hab 10 Euro bekommen. Haut auf den Abonnieren-Button. Aktivlogger Leute. Ganz ganz wichtig. Folgt mir auf Instagram. Macht diesen Glitch nach. Ihr seht ihr. Der ist super einfach. Und geht umfassbar schnell. Ich wünsche euch jeden. Eingebend Tag heute. Morgen. Um 16 Uhr. Probier ich wieder einen neuen Glitch aufzuladen. Und. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.